Hallo und herzlich willkommen bei unserer Kreativzeit mit Elna. Ich bin Ramona und ich möchte dir heute die neue Coverstichmaschine von Elna vorstellen, die Extend Cover Max. Und sie bringt etwas ganz, ganz Besonderes mit sich und damit möchte ich gar nicht bis zum Schluss warten, dir das zu verraten und zwar den Top Cover Stich. Statt mit den üblichen vier Fäden kannst du jetzt mit bis zu fünf Fäden einen wunderschönen Zierstich nähen, der ein echter Hingucker ist. Aber dazu später nochmal mehr. Der Karton ist noch verschlossen und ich werde ihn gemeinsam mit dir auspacken, einen Blick hineinwerfen, dir dann einmal die Highlights bei dieser Maschine zeigen und dir noch ein paar Nähte auf Stoffproben präsentieren. Aber zuallererst für alle Neueinsteiger im Bereich Coverstich. Was ist eigentlich eine Coverstichmaschine? Die Coverstichmaschine bietet dir die perfekte Lösung beim Nähen sämtlicher Abstepp- und dekorativer Näharbeiten, bei deiner Kleidung und auch bei deinen Accessoires. Wenn du schon mal dein Shirt mit dem Geradstich deiner Nähmaschine, den Saum abgesteppt hast oder auch das Bündchen, dann ist dir sicherlich aufgefallen, dass der Bereich bei dem Stoff gar nicht mehr so dehnbar ist und die Naht auch relativ schnell reißen kann, wenn man dran zieht. Und das liegt daran, weil der Geradstich deiner Nähmaschine nicht elastisch ist. Im Gegensatz zu deiner Nähmaschine hat die Coverstichmaschine einen Greifer, der auf der Unterseite der Naht Schling bildet, sodass der Stich elastisch wird. Von oben sieht dieser Stich zwar genauso aus wie der Geradstich bei deiner Nähmaschine, aber von der Coverstich ist der Stich extrem elastisch und bietet dir das perfekte Finish bei deiner selbst genähten Kleidung. Und jetzt schauen wir uns die Covermax einmal genauer an. Und da ist sie. Die neue Coverstichmaschine von Elna, die Extent Covermax. Sie überzeugt mit ihrem eleganten Pellmutt-Design, großartigem Komfort und ergonomischem Arbeiten. Sie bietet sehr viel Platz für deine Nähprojekte, denn sie hat einen extra großen Durchgangsraum. Der eingebaute Top-Coverstich-Spreizer ist für den neuen Top-Coverstich in drei Varianten. Er ist spielend leicht zu aktivieren und zu deaktivieren. Der eingebaute Nadeleinfädler sorgt mit dem Wahlhebel für einfaches und bequemes Einfädeln aller drei Nadeln. Oft sind gerade die schönsten Materialien sehr anspruchsvoll in der Verarbeitung. Die Covermax bietet einen Premium-Stofftransport für eine verbesserte Führung. Damit verniesst du deine Stoffe spielend leicht und ganz präzise. Die LED-Beleuchtung bringt einen großen Komfort mit sich. An drei Positionen und mit ausziehbarem Frontlicht ist das Licht genau da, wo du es brauchst, nämlich vor der Nadel. Für dich habe ich das Licht mal ausgeschaltet, um dir die Helligkeit dieser Beleuchtung zu präsentieren. Mit dem praktischen TLC-System hast du eine automatische Einstellung der Fadenspannung für präzise Stiche. Die Maschine besitzt einen Freiarm und bei Bedarf kann schnell ein großer Anschiebetisch angebaut werden. Dieser ist optional erhältlich. Mit insgesamt sieben Nähprogrammen, darunter auch die drei Saumstichvarianten und der Kettenstich, lassen sich deine Nähprojekte vielseitig verarbeiten. Die Covermax ist besonders laufruhig durch die kugelgelagerte Hauptwelle. Wir beginnen bei den Stoffproben mit dem beliebten Single-Jersey und dem Top-Cover-Stich mit drei Nadeln. Jetzt lässt sich ein Zierstich zusätzlich auch auf der Oberseite des Stoffes nähen. Auch der Sweatstoff lässt sich ohne Probleme nähen und das Ergebnis überzeugt. Die normale Webware ist bei der Wohndekor-Kreation sehr gefragt und auch hier lässt sich der Stoff leicht und fließend verarbeiten. Mit drei Nadeln und der Dreifachnaht erhältst du einen wunderschönen Saumabschluss. Jetzt kommt der Klassiker, die Doppelnaht mit zwei Nadeln. Sie sieht nicht nur toll aus, auch dieser Stich ist wie die anderen hochelastisch und du brauchst keine Bedenken haben, dass der Faden reißt. Mit einem Multicolor-Garn sind deine Innen- und Ausennähte ein Highlight. Auf der Webware kannst du mit einer Nadel und dem Ein-Kettenstich kreative und farbenfrohe Ziernähte steppen, genauso wie es dir gefällt. Zum Schluss schauen wir uns das mitgelieferte Zubehör an. Mit dabei ist eine Staubschutzhaube zur sicheren Aufbewahrung, eine bebilderte Bedienungsanleitung, der Fußanlasser, das Werkzeug, eine praktische Aufbewahrungsbox, ein Nadelset und ein weiterer Nähfuß für deine Coverstichmaschine. Der Klarsichtfuß. Dieser bietet eine gute Sicht auf deine Näharbeit. Für mehr Inspiration findest du auf unserer Website aktuell tolle Nähprojekte für dich und deine Coverstichmaschine. Eine sportlich elegante Jogginghose und einen passenden Hoodie. Hier kannst du dir das Schnittmuster herunterladen und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung führt dich detailliert durch die einzelnen Nähschritte. Die neue Coverstichmaschine von Elner, die Extend Cover Max, erhältst du bei deinem Elner-Fachhändler in deiner Nähe. Oder schau doch gerne auf unserer Website vorbei, da erhältst du viele Informationen zu dieser Maschine und auch zu unseren anderen Maschinen auf www.elnernähmaschinen.de. Ich freue mich, wenn dir dieses Video gefallen hat und abonniere doch gerne unseren Kanal. Hier gibt es immer wieder viele neue kreative Nähideen und auch Nähtechniken rund um das Thema Nähen. Und drücke doch auch gleich die kleine Glocke, denn dann wärst du immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Sei kreativ, bleib kreativ. Bis dahin. Tschüss! Tschüss!